Das ist mein Harre! Adolf Hitler Kostüm! Das hat meine Mama genäht! Das hat meine Mama genäht! Wie geil! Wie geil! Wie geil! Wie hast du gedacht, das ist irgendwas abgespülltes? Nein! Ich bin Eric Cartman! Verfickte Scheiße! Lass mich Leute! Ich geh nach Hause! Juhlatschi! Ja okay man! Ja! Das finde ich echt uhrleibernd! Das ist nicht voll anstrengend die ganze Zeit so zu reden! Halt die Schnauze! Hey! Okay, was willst du denn so was? Alter, irgendwas cool! Hahahaha! Hey! Dein verficktes Handy klingelt! Hier in dein verficktes Scheiß-Handy! Hey! Alter! Es klingelt dich nicht den ganzen Tag! Und es ist bestimmt sehr wichtig! Verfickte Scheiße! Du kleine verfickte Fotze! Hier in dein verficktes Handy! Dankeschön! Ja, kein Problem! Hahahaha! 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 Ihr seid echt geil! Ihr seid echt Titte, Mann! Hahahaha! Oh ja, man! Hey, Alter! Willst du auch Mistkarten werden? Wir meinen Schwanzblasen! Das wird geschossen!